Happy Birthday Chakeh Bhatti, Happy Birthday Sabir Ali, Happy Birthday Ramsing Chauhan, Happy Birthday Sanfatiya Alam, Happy Birthday Halima S. Surman, Happy Birthday Sumrat Babu, Happy Birthday Cheras Ula, Happy Birthday Akash Akash, Raya Put, Happy Birthday Kaushal Kuma. Ich spiele heute ohne Cam, weil bei OBS gab es ein Update und ich musste auch für alles neu einstellen. Dafür habe ich leider keine Zeit, das muss ich erst am Wochenende machen. Deswegen wird heute Morgen ohne Webcam gespielt. Gut, dann, ich spiele Free Fire wie die letzte Zeit nur noch und BR Ranking. Also viel Spaß. Okay, ich habe drei Quäste, 500 Schaden, ein Voyeur und drei Granaten wert. Battle Royale, Battle in Style. Ach, egal. Wir fliegen nicht mehr zum Blauen, wir wollen immer nur diese Uhr haben. Also brauche ich Geld und nicht das Blaue. Geld ist gut, damit ich mir einen Schlüssel kaufen kann. Ich sehe schon hier Geld, da oben, das könnte Geld sein oder eine, nein, das ist ein Gewehr. Ja, Mist. Auf jeden Fall muss ich doch drei Granaten schmeißen. Also am besten wäre es, wenn ich gleich mir die Quest suche. Katar, okay. Oh, hier ist eine rote Waffe. Oh, nice. F, nimm mal mit. So, vielleicht ist ja dahinten Geld, wo die Rüstung ist. Okay, da ist schon mal 100. Ach, 400 habe ich schon. Ah, geh raus da. Da. Ne, das ist kein Geld. Da ist Geld. Und hier ist ein Stern. Den brauche ich zwar nicht unbedingt. Ach, ich habe ja schon 600 Gold zusammen. Dann schnell zum Shop gehen. Dann kaufen wir uns den Schlüssel. Ich sehe, dass da vorne gleich eine Truhe landet oder schon gelandet. Wer hat geschossen. Überraschung. Das war kein Computer, glaube ich. Ah, ich glaube. Besser gerade ein Computer. Das ist nur das für ein Gewehr. Oh, eine M4. Granate. Eine habe ich schon. Okay. Haben wir noch eine Granate? Oh, noch eine Granate. So, weggehen, rangehen. Okay, immer noch eine Granate. Das gibt es doch nicht. Ich traue. Granate. Da hinten läuft einer lang. Scheint ein Spieler zu sein. Nee. Sinne herangehen. In der Hocke gehen. Okay, schnell reingehen. Alle teils, dass das eine Randweickchung zusammen. Ich kapite. Ich sang das 완전 Herzen. Das erzählt, dass ihr голос楼 routines. Das war eine Er grantig zu sein. Um... okay super schmeißen es gar weg die jetzt auf 2 gewesen okay schauen wir noch mal was der da hatte jetzt können wir uns mal so ein schlüsse kaufen der enten läuft einer rum problem ist ich habe kein fernkampf waffe ja ich brauche noch eine granate eine granate noch ja getroffen so so da habe ich glück gehabt dass er nicht so eine gute waffe hatte sonst wäre ich tot aber jetzt Ah! Killing spree! Oh, die Kanate! Ich denke mal 500 Scheine habe ich schon gemacht. Ähm... Nein! Das ist Sau! Hätte er mich einfach gestörpert und repariert. Das musste verboten werden. Wer auch? Wollen mich alle ärgern? Oh, jetzt aber! Okay, schauen wir mal. Haben wir noch eine Granate? Nein, haben wir noch nicht. Oh! Killing spree! Killing spree! Ich wollte mal noch mit Granaten werfen. Keine, wie ist das so schwer? Na gut, okay, der ist von mir aber geschafft. Dann schauen wir mal, wie es so weit aussieht. Fertig. Killingkämpfer. Beherrscher. Killingkämpfer. Okay, dann bis gleich. Okay, ich muss doch eine Granate schmeißen, um die Quest abzuschließen. Boyer habe ich. 500 Scheine habe ich gemacht. Ach ja. Dann schauen wir mal. Wo landen wir? Hier, in den Stadion. Können wir machen. So, von rechts neben den Stadion, wo diese Busse stehen, die zwei. Sind das Busse? Ja, okay, wo die Häuser hier stehen, glaube ich, jetzt drauf zu rase, was ihr nicht seht. Da. Da gibt es die Truhe. Und da ist die Karte. Das ist doch mal nice. Das ist doch mal nice. Die Truhe erst nehmen. Und dann nehmen wir uns die Karte und schützen sofort. Okay, ich muss eine Minute warten. Da hinten war die Karte. Zack. Und die Karte habe ich. Können wir uns jetzt schon mal in diese Richtung begeben. Oder ne, warte mal, der ist außerhalb der Zone, ne? Ne, ist noch drinnen. Gut. Zwei Minuten habe ich Zeit, um dahin zu kommen. Ne, doch, der ist außerhalb. Ach. Dann da hinlaufen. Und überleben. Unterwegs natürlich Sachen einsammeln. Vielleicht kriege ich ja eine Granate. Oh, ich habe schon eine. Zack. Quest fertig. Rüberflitzen. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich bin von da... hochgefahren und dann bin ich gestorben. Ich hoffe, die Karte ist noch da. Da war einer. Da war einer. Das war ein Spieler. Danke. Eine Schildpistole. Meine Karte ist weg. Jetzt musste ich wieder Geld sammeln. Ach, nee, ey. Ich bin von der Karte. geer. Auch. Schindler hat eingereich. Objektiv? Geld, 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 Geld. Ah, genau. Jetzt reinrennen. Ah, nee, raus. Draußen ist der Teil mal drin. Ah, nee, raus. Und wer ist von hier? Ah, nee, raus. Komm schon, schneller. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Die Haare nehme ich. Und... Boah, die geht sehr gut. Also, die zwei. Okay, dann... Ist einer? Ich hör nichts. Ich steh mich mal hier hin. Und... Schau mal, was ich alles wegschmeißen kann. Ach! Ich hab ja doch den Schlüssel gehabt. Na gut. Da kann ich ja noch ein Dingens aufmachen. Ich bin nicht mehr da. Eine, aber die ist weg. Was ist das? Eine... Double kill! Hmm. ... 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 herrscher nur beherrscher okay dann bist du